Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 24. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1236 und heute habe ich die folgenden Regeln. Regeln? Die folgenden Themen für euch. Be Real, Outlook, Google TV, Kameras, Xiaomi, Samsung, Fest und Flauschig und Fitbit. Dann würde ich doch sagen, starten wir gleich mal mit Be Real. Kennt ihr das schon? Habt ihr schon mal davon gehört? Ein Social Network, das anders als diese anderen Social Networks, nicht auf das ich bezogene, hoch poliert, glanzoptimierte Social Media Stränge geht. Nee, da soll es darum gehen, eben real zu sein. Man wird von der App aufgefordert, ab Zeitpunkt jetzt, innerhalb von einer gewissen Anzahl Minuten, ein Foto zu machen. Nämlich genau da, wo man jetzt gerade ist. Und damit man nicht einfach ein Foto hochladen kann aus der Library, muss man ein Foto machen und gleichzeitig schiesst das oder die App in beide Richtungen. Das heisst, sie macht zuerst ein Foto von da, wo ihr hinsieht und dann macht die App ein Foto von so, wie sie rausschaut. Ich pause da, nicht täglich, aber immer wieder mal was rein. Ziemlich Sinnloses, Banales, aber es ist schön, da drin mal so Sinnloses und Banales zu sehen. Wer es mal austesten möchte, der kann das bald bei Instagram tun. Denn Mark Zuckerberg ist wieder mal aufgewacht aus seinem Metaverse und hat seinen Mitarbeitern befohlen, so ein paar Apps oder Ideen zu klauen. Sondern die Nutzenden laufen ja da vorne in Richtung TikTok und Clubhouse. Ach nee, Clubhouse, das war mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, IG Candid, Candid, wenn man das auch immer aussprechen mag, soll der Nachbau von BeReal sein. Eine Funktion, die wahrscheinlich vielleicht eventuell, also zumindest aktuell gerade ausgetestet wird in der Instagram-App. Und was könnte es sein, dass solche Dinge bald auch eben, oder solche Funktionen bald auch in Instagram drin landen werden. Na dann, mal schauen, wenn die ganzen Sternchen und anderen Social-Influencer-Leute da dann irgendwo stundenlang auf irgendeinem Platz ausharren, nur bis die Möglichkeit kommt, so ein BeReal oder eben ein Instagram-Candid rauszuhauen. Wir werden es vielleicht erleben. Du nutzt Microsoft Outlook und zwar kostenlos. Dann wirst du in Zukunft mehr Werbung sehen und diese auch nicht ausblenden können. Die ist oben, in der Mitte und überall. Man hat die Möglichkeit, den Werbe- oder den fokussierten Posteingang zu aktivieren, womit dann in andere die Werbung eingeblendet wird. Aber eben die Werbung bekommt ihr so nicht los. Wie könnt ihr das umgehen? Ganz einfach, ihr kauft euch ein Microsoft 365 Abonnement und dann ist die Werbung weg. Ja, also ich meine, irgendwie muss Microsoft überleben. Werbung wird halt ausgespielt. Ich müsste es mal ausprobieren. Mist, ich habe so ein Abo. Ob das echt mit meinem Sicherheitstool die Werbung rausfiltern würde. Das müssten wir mal ausprobieren. Aber ja, wer kostenlos nutzen will, der muss Werbung mitnehmen. Das ist nun mal so. Google gibt, oder man nutzt eine andere App dafür, ist viel einfacher. Google gibt zu, dass sie Probleme mit ihrer TV-Plattform haben. Google TV, das ist das Android-TV in neu, was früher schon mal Google TV war. Und nicht zu verwechseln mit der Smart, acht mich, wie hieß es, mit der TV-Plattform, wo sie jetzt die Filme und Serien untergebracht haben. Bei Google ist es aktuell alles so kompliziert. Alles heisst irgendwie gleich oder so wie früher oder so ein Zwischennamen. Aber irgendwie, ja, Google, wer das Ganze nutzt auf dem Google TV, der hat sicherlich schon mal bemerkt, im Für-Dich-Tab drin hat das Ganze recht heftige Ruckler. Ich teste aktuell einen Beamer, der ein Google TV, also ein Android-TV, nee, was hat das wieder drauf? Auf jeden Fall ruckelt das da auch und das ist mühsam. Ich hoffe, Google bringt da nächstens ein Update mit raus, weil sonst wird es einfach hässlich und unangenehm. Dann gibt es Neuigkeiten für alle unter euch, die eine Kamera von Heckwischen euren eigenen nennen. Von denen gibt es einige da draussen. Ich habe den Namen zwar schon gehört, aber noch keine Kamera davon gesehen. Die stehen vor allem in Einkaufszentren, in Firmen, aber auch bei Privatmenschen. Und das Hässliche, ja, da ist eine heftige Sicherheitslücke drin. Was kann man mit der Sicherheitslücke machen? Von aussen kann man auf das Videomaterial drauf zugreifen und dann Dinge sehen, die man nicht sollte. Weil, ja, Kameras sind halt für intern meistens doch zur Verfügung gestellt. Und das wäre ja nicht das Problem. Denn seit über einem Jahr gibt es Patches, aber es gibt immer noch rund 80.000 Kameras da draussen, die den Patch nicht installiert haben. Ziemlich hässlich. Ich finde, wenn man sich schon solche Kameras zulegt und die dann auch nutzend einsetzt, dann sollte man sich auch um deren Sicherheit und zukünftige Updates tun. Und nicht nur einfach. Aber ja, ihr wisst es ja. Passt auf mit den Geräten, die ihr euch so ins Haus stellt. Mit ins Haus stellen werden sich in Zukunft weniger Smartphones von Xiaomi. Zumindest ist der Umsatz eingebrochen. Um 20 Prozent. Wenn man es noch genauer anschaut, der Nettogewinn, sogar um 83,5 Prozent gefallen. Das hat mit der aktuellen schwierigen Lage, geopolitisch, aber auch mit der Wirtschaft zu tun, mit dem Einbruch und allem drum und dran, Rezension oder was es auch immer aktuell gerade ist. Und deshalb hat Xiaomi entlassen. Und zwar 900 Mitarbeiter. Das sind drei Prozent der Belegschaft. Und der Präsident von der Firma hat auch gesagt, dass die Herausforderungen nicht einfach sein werden, aber sie die angehen werden. Ob es die letzte Entlassungswelle gewesen ist, werden wir noch sehen. Und vor allem auch noch andere Firmen. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Aber der Einbruch ist schon gerade ein bisschen sehr heftig. Obwohl man auch sagen muss, Xiaomi ist in den letzten Jahren oder vor Monaten auch ziemlich stark nach vorne gehüpft. Ihr wisst ja, ich spreche nicht gern von diesen Spotify-Shows. Also die nennen das Podcasts, aber eben Spotify-Shows. Aber nun, über etwas muss man sprechen, wenn es darum geht. Und das ist fest und flauschig. Das waren, so viel ich es im Kopf habe, Einer der Ersten, die ein Angebot im deutschsprachigen Raum bekommen haben von Spotify, da einen Vertragspodcast exklusiv zu machen. Und da gab es ja in der letzten Zeit immer wieder mal einen Gemunkel, dass die den Vertrag nicht mehr verlängern werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr nützliches Element, um eben Verhandlungen einzugehen. Bis anhin haben sie 320 Episoden zusammengewurstelt. Und jetzt ab dem 21., also ab Anfang der Woche, kommt die neue Staffel online jeweils wieder zweimal die Woche. Ich gehöre wahrscheinlich zu einem der einzigen, der noch nicht eine Episode davon gehört hat, obwohl ich eigentlich Fan von den beiden Menschen bin, zumindest von dem einen, dem Herrn Schulz. Aber ja, irgendwie hat mich dann dieses Spotify-Show-Zeugs davon abgehalten, da mal reinzuhören. Vielleicht ändert sich das ja. Aber wenn ich gerade in meinen Podcatcher schaue, wo habe ich es hier? 91 Stunden, 12 Minuten Podcast-Material. Nee, ich habe noch ein bisschen was anderes zu hören. Was anderes zu hören haben Samsung-User, die ein älteres Smartphone haben. Und da spreche ich jetzt von Samsung Galaxy S5 Neo, von einem Samsung Galaxy Alpha, von einem Samsung Galaxy 6 Serie oder von der A7 Serie. Also Geräte, die zwischen dem Jahr 2018 und 2014 rausgekommen sind, die bekommen allesamt jetzt ein Update nachgeliefert. Da muss ein gröberer Schnitzer mit drin sein, dass ein Hersteller wie Samsung sich da bemüht, Updates rauszuhauen. Es geht, so wie Samsung es beschreibt, um die GPS-Fähigkeit, ein Fix im Zusammenhang mit GPS, wegen Konnektivität und Stabilität. Aber da muss wirklich was ganz Heftiges mit drin sein. Kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass sie so alte Geräte mit dem Update beliefern. Aber das zeigt mir wieder mal, Samsung ist da on top und bringt eben auch für wirklich alte Geräte noch Updates raus. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ob ich und wie positiv es finden werde, weiss ich noch nicht. Heute am 24. August wird Google, also dieses Fitbit, was ja Google aufgekauft hat, aber noch so weiterleben lassen wird, neue Geräte vor. Was das genau sein wird, wissen wir nicht. Anfang des Monats gab es da gewisse Leaks, wie ein Fitbit Sense 2, eine Versa 4, eine Inspire 3. Ob alle kommen, wie sie kommen, ob die Leakbilder stimmen und oder nicht, das werden wir wahrscheinlich dann heute erfahren. Ihr spätestens morgen in der nächsten Geek Talk Daily Episode. Vielleicht ist es auch gar nichts, dann wird es untergehen und oder ich vergesse es. Keine Ahnung. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Ich eher weniger, glaube ich. Aber ja, lassen wir das Thema. Das war es mit den heutigen Themen, die ich für euch habe aufbereiten können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.